Unter dem Motto Freiheit statt Angst haben mehrere tausend Menschen gegen Massenüberwachung und Datensammlung demonstriert. Ein Bündnis aus mehr als 80 Organisationen hatte zu der Demonstration aufgerufen, die vom Brandenburger Tor zum Kanzleramt zog. Die Veranstalter forderten die Politik auf, sich stärker für die Freiheit und die digitale Privatsphäre der Bevölkerung einzusetzen. Dafür müsse unter anderem die Vorratsdatenspeicherung europaweit gestoppt werden.